Okay, ich habe einen Engineer gekriegt. Äh, die Bilder durchsuchen. Wir nehmen das erste. Gibt es nichts zu fuhren? Wie ist das? Bin ich alleine? Nee, jetzt habe ich den Maulwurf bei mir. Okay. Ich halte zwei HP pro Sekunde, wenn ich das richtig interpretiere, das Overlay. Okay, ich muss wieder lange durchziehen. Zeit für ein bisschen Hilfe. Okay, mein Turmum ist jetzt zerstört. Ich habe noch kaum Fähigkeiten, mein Maulwurf. Oh, ich renne wirklich. Ja, das ist der Auflader, stimmt. Schau, wenn ich eine Strecke schrauben kann, kann ich eine Bühne schrauben. Setzen Sie einen Turmum. Du musst eine Relic holen. Okay. Ah, da haben wir ein Kilo. Ist das gekriegt? Nice. Je mehr Charakter, desto besser. Das habe ich hier nicht. Schau mal in der Reihe. Okay. Gut. Okay, Mann, gib ihm Hilfe. Ich darf. Er hat mir nur Rot angezeigt, aus Gründen. Wer braucht, dass er gepackt hat? Oh Gott, ich bin fast down. Ich habe einen Kailman Turret gemacht. Ich habe einen Kailman Turret gemacht. Anfangsphase. Äh, wieso hat mein Bild nicht funktioniert? Ah. Äh, ich darf ihn jetzt doch nicht mehr ran. Good luck. Good luck not getting shot. This thing can solve sooo many problems. We healen. We healen. Defenses are up. Defenses are up. Huh? Huh? Wo hattest denn mein Verbündeter hin? Alter, what the fuck? Oh no. Das hat mich gekriegt. Da habe ich irgendein AOE dort abgekriegt. Ich wollte mich gegenheilen, aber das hat nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert, leider. Active Reload. Na klar, macht man Reload unfassbar viel kürzer. Wie war ich jetzt? Au. Habe ich auch Angst? Ich glaube, ich war auch Angst, ne? Von daher habe ich es gerade verkackt. Ich habe es gerade verkackt. Oh lol. Jetzt mal mag ich extra. Exzellente Arbeit. Mein Maid? Mein Maulwurf ist gerade woanders, oder? Turrets online! Ich habe es viele, als ich kann. Ich habe es viele, als ich kann. Ich bin gerade alleine hier. Okay, bids. Time for a little help. All right, let's take a look at those wounds. Need more firepower. Can't go wrong with these. I see Inferno. Walls out. Uh. Fleet Food, bonus health. X-Force. Lanes, Navy Core, Bullet Resist Shredder. I bought that off of a Knickerbocker that was about to get his legs broken. So, der Affe geht gerade da rüber. Vielleicht gehen wir da einfach mal mit. Oh, der hat mich wieder gedreht. Sehr schön. Ich finde es ist geholt. Für den Move zur Seite. Ich bin halt unfassbar ungenau, ne? Der ist mit den Raketen, das ist ganz schön schwer zu treffen. Oh, das ist ja gar nicht, der hat mich defeated. Oh, sind alle hier drüben oder was? Nicht mein Liebling. Nicht mein Liebling. Ich sehe sie. Uff! Ich bin mir sicher, was der Mauerwurf da vorne macht. Der Mauerwurf macht da wilde Dinge, da geht er voll rein. Wenn wir hier gepusht haben, sollten wir doch die Seelenbumsis bringen, oder? Bewegungswarnung, das nehme ich doch gerne. Oh, die Dicke ist noch nicht da. Die ist noch nicht da. All right, buddy, gib ihm Hilfe. Die kommt noch. Jetzt ist da. Der Mauerwurf hat sich, glaube ich, gerade hier zurückgepusht. Dann muss ich einfach hier in der Mitte durchrennen. Von meiner Sicht. Auf der anderen Seite sind sie aber nicht so abgelenkt. Wir müssen versuchen hier unten reinzulaufen. Wir haben natürlich gar keine. Gar keine Optionen. Wenn man einsammeln, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo hindringen muss. Wir haben einen Guardian verloren. Shit. Ich habe einen Geruch. Ich habe einen Geruch. Die Leute will mich lieben. Ich habe mich gefeiert. Die Guardian hat sich gefeiert. Ich werde dir den Helm. Es ist ein Geruch. Es ist ein Geruch. Ich habe ihn gerade schön rausgeblockt, glaube ich. Zu mir wollen. Einfach einen schönen Block da vor ins Gesicht werfen. Wer braucht mich? Ich sehe das, ja. Da haben wir einen Guardian voll. Sie kreieren vor uns. Unsere Orang-Walker. So. Wir müssen noch finishen. Wenn man schon angefangen hat. Ja, das... So, was machst du? Das brauchst du hier? Ja. Ich glaube, man hier benutzen die Leute nicht so oft. Ich kann selber tanken, aber ich muss so easy. Oh, hallo. Ich bin nicht sicher, ob wir genug Leute hier haben. Wir haben hier noch einer, die bürsten kann. Ich bin nicht sicher, ob wir genug sind. 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 Ich muss so viele von diesen abholen, wie ich kann. Oh, mein Kilo ist das gekriegt für meine... Du hast durch die OSIC gesammelt. Mit meinem Turret, den ich platziert habe. Sehr schön, sehr schön. Ich bin nicht sicher, ob wir genug sind. Ich bin nicht sicher, ob wir genug sind. Ich bin nicht sicher, ob wir genug sind. Sehr schön, sehr schön. Ich bin nicht sicher, ob wir genug sind. Ich sehe, Kalman. Okay, da ist einer hinter uns. Dann nehmen wir den doch. Wollen Sie auf? Wenn wir ihn sind. Wir gehen jetzt ein bisschen. Ganz fürs Lleger. Wir sind auch aus. Wir sind einfach. Wir sind auf. nope, da habe ich mich schlecht positioniert meine Ult, ich wollte auf die Ult eigentlich gar nicht drücken Frost Grenade macht 470 what the fuck what the fuck macht denn die Frost Grenade alter, what the hell Bonus Ability Charges was sind die Bonus Abilities ist das dein Mini-Geschütz Health Nova das wird tatsächlich eher als Support gespielt ich muss an Y denken Slowing Bullets da sehe ich mich doch müssen wieder raus wir verlieren aber jetzt Orange wenn wir hier pushen wir wissen nicht wo die Gegner sind das ist ein bisschen uncool was sind das eigentlich für Markierungen hier hier gibt es eine Markierung dass hier dass sie nach oben geht oder ist das hier das Ding im Haus das hier keine Ahnung gibt es hier eine Urne aber irgendwann hat die Urne schon ich weiß nicht wer die Urne hat aber ich pushe es einfach mal hier rein die Urne hat ja genau da ist die Urne da haben wir ein Down Okay, 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 okay. Geh mal hoch. Geh mal rum. Ich glaube, ich bin ein ziemlich krasser... ...Berstörer, was die... ...Kommt man nicht raus? Alter, danke. Holy fuck. Thanks, guys. You're welcome, man. Ich komme hier nicht wieder raus. Ich komme hier nicht wieder raus. Da waren plötzlich alle wieder weg. Die sind nach links rübergegangen und dann sind abgehauen. Shit, man. Line Grinder. Hallihallo. Wie gefällt mir das Spiel? Mir fehlt manchmal die Übersicht. Und ich mag manche Helden nicht selber spielen. Und ansonsten fühle ich mich jetzt gerade ziemlich gut, aber ich bin, glaube ich, auch relativ stark in meiner Wahrnehmung. Get these when possible, no flex slots. Get these when no flex slots. Ich verstehe den Guide nicht. Spirit Damage also feiert, das ist, glaube ich, gut, weil meine D-Dinger sind Spirit Damage. Debuff reduces oder reduce the duration of negative effects applied to you. Proof Spirit Component. Spirit Power heal the ring. Ich nehme einfach mal, haben die Slots noch frei. Wir müssen Purple gleich mal verteidigen. Wenn wir bei Blau kämpfen. Zeit für ein bisschen Hilfe. Hey, das ist ziemlich entspannt. Den zu schrödern. Es ist wieder die Urne da. Die wir, glaube ich, haben. Es gibt relativ viele coole Nebensachen zu tun. Was ich sehr angenehm finde. Sie hatten nie eine Chance. Also, es ist schon ganz cool. Die Action kommt natürlich später. Meinen Zuschauer finde ich es unfassbar langweilig. Muss ich ehrlich sagen. Wobei ich da noch keine Ahnung habe, was überhaupt wie abgeht. Also, vielleicht liegt es auch daran. Ich weiß nicht, aber der Charakter ist gefühlt sehr übler Carry. Sehr übler Carry. Also, der macht so viel auf einmal kaputt. Ah, das wird mir selber schüttet. Ah, unser Affe ist drin. Nice, 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 nice. An einem Strom vorbei, der davon gestanden ist. Okay, cool. Wir haben eine gute Wand. Lass uns nicht so rein gehen, dann fahren. Heimow Firepower. Deploying Heal. Also, es ist echt schwer, dem Bass zu knacken, finde ich. Das ist was, was ich mich noch dran gewöhnen muss. Da muss ich mich, glaube ich, noch dran gewöhnen, dass das echt nicht so easy ist, Bass zu knacken. Wobei das wahrscheinlich bei jedem anderen ist. Aua. So viel Schaden an den Dingern. What the fuck? My Amber Hand is on tonight. Take cover! Okay. All right, work. Ich wollte Y drücken. Ich wollte Y drücken. Ich wollte Y drücken. Ich wollte Y drücken. Da wurden wir hart gekombo'd. Holy fuck. Das ist zwar nicht gut. Ja, für Fehler wird man bestraft. Da wurde hart reingekombo'd. Gefühlt. Das tat weh. Wir haben schon wieder 6000 von den Dingern. Heroische Aura. Provides Firepower bei Player and Minions. Tactician Magazine. Wenn dies possible ist. Slowing Bullets. Siphoning Bullets. X. I guess. Luxuries. D.Va of Bounce. Keine Ahnung, ob ich dafür was verkaufe. Muss man gar nicht. Kann einfach mitnehmen. Die Urne ist an die Urne gekommen. Sehr schön. Wir spielen ein bisschen Heimerdinger. Das ist doch auch. Nur mit einem fetteren Attack. Ich muss so viele von ihnen abholen. Wie ich kann. Walls out. Will? Okay. Sind zwei zu mir gekommen. Zwei zu mir gekommen. Heißt, ich kann nicht irgendwo alles aufbrauchen. Das ist eigentlich wie das ist. Nur bezahlt sein. Sind immer noch welche. Sollten nicht hier rumlaufen. Okay. Okay. So gefühlt. Ah ne. Meine Leute sind gekommen. Ich hab nichts gesagt. Dann kann ich doch herumlaufen. Wir sollten aber auch die Miecher mitnehmen. Wir sollten hierher kommen. Das in der 그런 direction. Schauen wir uns. Wir wollen gleich ein bisschen. Die Schrauben und die. Wir wollen mehr. Wir sollten in der 2-Walker werden. Was für ein paar Rungen führen. Ich mag die Ult von ihr tatsächlich nicht. Wir haben nur einen Schreiber. Ich habe einen Turret. Ich habe einen Schreiber. Der Schreiber wird ausgelöst. Nicht abholen. Ich kraft den halt ewig nicht, weil ich mich erzielen muss, aber das ist doch nicht so. Da kommst du eigentlich raus aus dem Scheiß, ne? Boah, der wollte jetzt nicht auf mich gehen. Hat er dafür verloren. Whatever. Hat mich noch gekillt. Dafür wurde halt der cooleste Team und die Base dafür gekillt. Also ich hab mich stark gefühlt, auch wenn ich keinen der Auszeichnung gekriegt hab. Hab die drittmeisten Seelen in meinem Team. Und Spielerschaden, boah. Hat sie tatsächlich deutlich mehr als ich. Da bin ich einfach nur rumgerannt und hat dann einfach Brrrr drauf gemacht. Also da ist schon einiges mit der Mapvision und sowas. Ich glaub ich mag das Zielen tatsächlich mehr. Und mir fehlt tatsächlich auch grad ein MOBA, weil League of Legends kann man ja nicht mehr spielen. Von daher ist das schon ganz cool. Und das funktioniert für mich besser als Dota. Weil ich nicht so viele Item-Kombos und Countes wissen muss. Angriffstisch. Hä? Okay, sie hat so viel Angriffstischaden gemacht. Holy fuck. Ich dachte immer, ich bin das. Aber da war sie anscheinend immer dabei. Ich hab gedacht, ich schreddere ja die Gebäude im Nichts. Aber, ja. Ja. Boah. Ist der so viel Heels hat? Irritiert mich. Ich hab noch das Gefühl, dass der hier noch ein bisschen Balancing braucht. Der braucht noch irgendwas anderes. Oder den muss man wirklich in einem abgesprochenen Team spielen. Weil der ist gefühlt abyselschwach. Der hat halt viel CC. Aber sonst wenig.